Äh, hat sie gerade gesagt, flieg los? Okay, ich steige jetzt in das Boot und dann, ähm, fliege ich los. Wie steige ich denn in das Boot ein? Ähm, T? Achso, ja doch, T. Okay, W langsamer, S. Äh, W schneller, S langsamer. Ja, macht Sinn eigentlich. Wow, wow, oh. Okay. Ob ich das hinkriege mit der Steuerung? Oha, shit. Ich zweifle gerade noch ein bisschen. Ich will immer mit der Maus irgendwie hier Blickrichtung und so, aber das funktioniert leider nicht. Muss ich da durch? Ich vermute mal, ich muss da durch. Das heißt, ähm, ich muss mal wieder aussteigen. Und muss irgendwie das Teil da aufkriegen. Komme ich hier denn hoch? Ja, komm. Komme ich hier auch rü- Naja, komm ich natürlich nicht. Ja, das war ja schon mal wieder ein Fehlschlag. Das heißt, ich muss mal eben auf die andere Seite da rüber düsen. Komm schon, steig ein. So, fahren wir mal eben hier hin. Und dann steige ich wieder aus. Und da ist schon wieder so ein Headcrap-Dingens. Ich hoffe, hier sind keine. Nein, alles ruhig. Sehr gut. So, hier sehe ich schon dieses komische Dreh-Dingens-Teil. Und dann machen wir doch mal hier das Tor auf. So, und schon kann es weitergehen. Wieder reingeschwungen in die Schüssel hier. Und los geht's. Vollgas. Wow, 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 wow. Oh, die Lenkung ist echt gewöhnungsbedürftig. Koppen-PC. Gefährliche Gewässer. Okay. Und abwärts. Und, wow, Fässer und... Au, au, au. Ja, das war professionell auf jeden Fall. Gut, da ist die... Moment. Da war eine rote Scheune. War das die, wo wir hin sollten? Keine Ahnung. Ich fahre erst mal weiter. Und wir leisten uns hier erst mal ein paar coole Jams. Fast wie bei Erdacht von Cobra 11. Außer, dass bei uns hier nicht alles in die Luft fliegt. Äh, was? Au. Verdammt. Äh, wo ist Nachschub? Ach, da. Oh. Kann ich das... Ah, ja, kann ich einsammeln. Okay. Ähm, die Frage ist gerade, wir müssen da hoch, nehme ich an. Das heißt... Moment, wir haben hier wieder so eine Wippe. Ähm. Ich höre... Ja, genau dich habe ich gehört. Und noch eins. Gut. Ähm. Hallo? Ich stecke hier... Achso. Ich stecke hier irgendwie gerade fest. Kann doch nicht wahr sein. Jedenfalls, hier ist wieder das Lambda-Zeichen. Das heißt, hier sind wieder irgendwo Vorräte für uns. Mal gucken, was hier in dem Schacht auf uns wartet. Auf jeden Fall jede Menge Dreck und Müll. Und da geht's nicht weiter. Okay, hier wartet gar nichts auf uns, außer diese Fässer. Äh... Ah, okay. Ja, jetzt weiß ich wieder. Wir nehmen uns eins von diesen Fässern und packen das hier unten in diesen Käfig rein. Und genau dasselbe machen wir jetzt auch noch mit den anderen Fässern. Wobei es auch sehr logisch ist, äh, dass ich so ein Fass gefüllt mit Luft, äh, unter Wasser ziehen kann. Ich glaube, dafür bräuchten wir eigentlich jede Menge Kraft, beziehungsweise Gewicht, um das runterzudrücken. Aber naja, es ist ja nur ein Spiel. So, und da haben wir auch schon unsere Rampe. Und jetzt sollte... Ja, das hier ist runter. Gut, dann können wir es mal probieren. Äh, ich würde mal sagen, mit ein wenig Anlauf sollten wir das Ganze machen. Ansonsten wird das wohl nicht funktionieren. So. Vollgas! Wow, 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 wow. Nein, ja, doch. Okay, das hätten wir... Wow. Hätten wir auf jeden Fall geschafft. Und einmal schön in den Schmock hier rein und... Oh, oh. Oh, oh. Nicht gut. Äh... Oh, Gegner, Gegner. Brettern wir sie über. Okay, einen habe ich erwischt. Shit, da sind... Ja, die stehen da oben. Nein, nein, nicht festhängen, nicht festhängen. Gib Gas, gib Gas, Gordon. Scheiße, scheiße. Gib... Gib Gas. Los, weg hier. Ähm... Oh. Hier komme ich nicht rüber. Ach, da wäre... Ach, nee, da wäre wieder eine Rampe gewesen. Alles klar. So, mal in den Rückwärtsgang und ich hoffe mal, das reicht hier an Anlauf. Ja, müsste es eigentlich. So, und hui. In die Freiheit, Willy. Und ich höre im Büroaufstelle, da oben steht wieder einer. Ja. Durch die Schleuse. Gib Gas, gib Gas, Gordon. Kann ich eigentlich schießen? Nein, kann ich nicht. Okay, schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Huch. So. Weiter geht's. Wo muss ich denn hin? Da wahrscheinlich nicht. Gut, hier ist wieder alles ruhig. Ähm, ja, so viel da ziehen. Ah, Idiot. Lernen wir zielen. Der hat wohl kein Zielwasser getrunken heute Morgen. Ha, witzig. Okay, eine neue Schleuse. Ähm. Okay. Da kommen wir so nicht durch. Das heißt, ich muss wieder irgendwo was aufmachen. Aber wo komme ich denn? Ah, ich glaube, äh. Ich glaube, ich weiß. Ich parke mal eben, ähm. Ja, perfekt eingeparkt, würde ich sagen. Und dann legen wir uns mal mit den Typen da oben an. Tja, ich schieße scheinbar besser als er. Ja. Nummer 3 getroffen, beschränkter Block, irgendwas. Gut, hier ist eine Leiter. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Der hat noch Munition für uns. Dankeschön. Oh, was steht hier? Äh. Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Eine Tür. Was verbirgt sich dahinter? Dunkelheit. Und eine Alien-Konsole mit... Keine Ahnung, oh. Es wurde inzwischen bestätigt, dass sich ein störendes Element unter uns aufhält. Jemand, den einige Bürger für einen neuen Heiland halten. Ja, das bin dann wohl ich. Diese Person symbolisiert die niedersten Triebe, Instinkt, Unwissen und Verfall. Einige der schlimmsten Gräuel des Black Mesa zwischenfalls sind ihm direkt zuzuschreiben. Ach ja. Und dennoch werden ihm von einfachen Gemütern romantische Züge verliebt. Ja. Ich bin sehr romantisch. Oh. Ja, ja, wir lassen Dr. Vreen da mal labern. Oh, wie spät ist es eigentlich inzwischen? Es ist immer noch halb neun. Komisch. 880, 4W. Ähm, hier liegt ein Auspuff. Oh. Na, Kumpel, wie geht's dir so? Du siehst aber gar nicht gesund aus. So, lieber mal zur Sicherheit noch ein Headshot. Ah, Verarztung. Sehr gut. Und ein bisschen Munition. Oh, Granaten. Nice. Fässer. Ja, und wie habe ich das Gefühl, ich werde die Granaten jetzt auch gleich gebrauchen können. Oh. Granaten. Nice. Okay. Oh, da oben ist eine Kamera. Kann ich hier rein? Tür auf. Oh, geht sogar. Okay, ähm. Ja, komm, da wir hier endlos Granaten haben, mache ich das einfach mal so. Dankeschön. Dankeschön. Liegt hier noch was? Nö. Oh, oh, oh. Shit, wo kommt der denn her? So, den ziehen wir mal eben hier. So, hat keiner gemerkt. Hoffe ich zumindest mal. Aber, hä, wo kam der denn? Wow. Wo kam der denn her auf einmal? Kann ich damit die Kamera da oben ausschalten? Wow, wow, wow. Shit. Und ich höre schon wieder diese scheiß fliegenden Kreissägen. Was fackelt da vor sich hin? Keine Ahnung. Ich würde gerne mit so einem Teil hier rumcruisen. Das wäre doch mal cool. Hallo, wow. Ah, shit. Kann ich da nicht durchwerfen? Hä, wieso kann ich da nicht... Das ist ja unfair. Wieso können die da durchschießen? Aber ich kann da nicht durchwerfen. Was soll denn sowas? Komisch. Naja. So, ist da noch einer? Nein, aber da ist noch so ein Teil. Komm schon. So, da war so ein Teil. Ich höre hier aber... Ja, ich höre hier aber... Und ich höre hier... Ja, wo höre ich hier noch eins? Aber da drin ist auf jeden Fall Verarztung. Die wollen wir uns... Ah, da oben. Oh. Hat sich in der Ecke versteckt. So, Verarztung auf jeden Fall. Und können wir hier irgendwas plündern? Ähm, was ist das hier? Keine Ahnung. Oh, hier sind noch mehr Granaten. Nehmen wir doch mit. Dankeschön. Ähm, und ja, hier ist eine Tür. Und sie... Whoa, whoa, whoa. Fuck. Shit. Da hinten ist eine MG-Stellung. Ähm. Okay. Ja, nein, das war Fail. So. Lauf, 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 lauf. Gut. Dann würde ich mal sagen... Wir versuchen mal... Reicht das? Ah, ja, das reicht. Okay, den haben wir erledigt. Mit einem präzisen Wurf haben wir ihn erledigt. Ähm, oh. Ja, okay, wenn... Wenn das gemütlich ist, meinetwegen. Ich gucke doch mal, was hier drin ist. Hallo? Hallo? Wow. Frissgranaten. Ich glaube, das waren mindestens zwei. Kanalblock. Hier, alle Einheiten für drei. Das war noch einer. Ne, der ist tot. Whoa, whoa, ups. Okay. Gucken wir mal, sind noch welche übrig? Da ist das Rad für die Schleuse, nehme ich an. So, hier ist alles Gummisch. Hier liegen die ganzen Combine. Aber... Ah, ich kann die Munition nicht mehr mitnehmen. Na gut, schade. Aber Granaten kann ich mitnehmen. Dankeschön. Und Verarztungen nehme ich auch gerne mit. Gut. Und hier brummt es von den... ...Generatoren. Achso, das Rad muss ich nochmal ihm drehen. Uh, ich hänge am Geländer fest. Ähm, ja. Wir drehen ein wenig am Rad. Uh. Was habe ich hier angesammelt? Munition? Keine Ahnung. Achso, hier müssen wir nochmal ihm raus. Vögel! Tötet sie! Kann ich die töten? Oh. Oh, das wusste ich gar nicht. Die kann ich ja echt töten. Hm, das Rad hier sieht nicht mehr ganz so funktionstüchtig aus. Das kann ich auch nicht benutzen. Gut. Das heißt... Was mache ich denn nun? Hm. Hier war doch noch eine andere Tür, oder nicht? Nee, war hier nicht. Okay. Wie kommen wir denn da nach da drüben hin? Oder können wir hier zur Schleuse... Ich gucke nochmal eben, was man hier noch so... Äh, Tür auf. Ähm, was man da drüben noch so machen kann. Vielleicht... ...hilft uns das ja irgendwie weiter. So, Tür auf. Hier kommen wir... Ist das eine Tür? Nein, das ist keine Tür. Hm. Wir müssen doch da irgendwie rüber, nehme ich an. Das heißt, ich habe hier irgendwas übersehen. Das Rad ist... Oh. Achso. Das Rad ist kaputt. Was ist denn da hinten? Da oben? Nee, da können wir nicht drauf. Hm. Okay. Also irgendwas über... Irgendwas übersehe ich gerade. Ich weiß aber nicht, was. Ja, das ist das Teil für die Schleuse. Kann ich da noch was machen? Oh. Okay. Problem gelöst. Problem gelöst. Ist das nur das Fall. Then. Ja. Vielen Dank.